Wie bin ich dein Bodyguard? Ihr habt mich zum Eisen gebaut. Hörst du mich noch? Ja. Mein Bildschirm ist gerade rausgerissen worden, weil ich auf den Tisch schon gehauen habe. Hallo, ihr meine lieben Freunde, ihr seht schon. Ich bin ein Erlaubnis zusammen mit meinem Mord. Ich bin Mord. Ihr seht es wahrscheinlich schon. Ich habe nämlich vor einigen Tagen... Ey, Alter, schau mal bitte nach vorne. Das sieht einfach so aus, als wäre die Insel unter uns. Ja, übel. Als könnten wir gleich aufs Dach springen von diesem Baum. Es ist verdammt schwer, damit überhaupt zu zocken. Und wir machen damit einfach eine Bad Wars-Runde, weil wir die krassesten Dudes sind. Und Luca dachte sich so... Ich bin tot. Aber es kommt niemand zu uns, oder? I don't know. Vielleicht. Man sieht es ja nicht. Ich dachte, wir haben halt... Ich habe halt diesen... Und dann war alles toll. Ich habe halt diesen Shader vorgestellt. Und dann dachte ich mir nur so... Okay, krass, ich will nie wieder damit spielen. So in etwa. Aber dann kam so ein Kommentar. Ja, damit mal eine Challenge. Mach damit mal eine Runde Bedouin. Und dann dachte ich erst mir... Hm. Wieso eigentlich nicht? Und dann habe ich ihn in den Shader reingepackt. Und dann wollte Max eh gerade... Hatte mich gefragt, ob er aufnehmen kann mit mir. Weil ich bin so ein mega busy und hot boy. Und das funktioniert... Und das funktioniert... Nein! Luz. Da ist ein Typ bei uns, Max. Luz. Ich baue nicht gerade zum Silber. Zum Eis. Max, wir sind raus. Er ist doch bei uns am Bett. Jetzt sind wir raus. Oh, lebst du noch? Ja, ich lauf es. Wohin? Bin ich mit? Man sieht doch einfach nicht, wenn jemand... Nein, da ist schon wieder jemand von Rot. Bei uns? Ja. Scheiß Targeter. Oh, was? Alter, oh Gott. Oh Gott. Wo ist denn unsere Base? Ich bin... Ma! Wie bin ich dein Bodyguard? Die haben mich zum Eisen gebaut. Hörst du mich noch? Ja. Mein Bildschirm ist gerade rausgerissen worden, weil ich auf den Tisch schon gehauen habe. Nee, aber was war das denn? Mein Bildschirm ist kaputt. Nein. Doch der hat so einen blauen Grundton. Was? Wie soll ich denn überleben ohne einen zweiten Bildschirm? Ich habe auch keinen zweiten Bildschirm. Ja, weil deiner 10.000 Jahre breit ist. Hallo Freunde, wir sind wieder da. Ja, ja. Mann! Was? Ich habe einen Anfall. Lutz, berück dich. Berück deinen Kopf, schüttel den an zwei Händen und an dein Ohr. Ich mach das. Schüttel deinen Kopf an dein Ohr. Ich mach das. Oh, 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 oh. So, bist du wieder runter willkommen. Ich bin... Ah, rund. Ich bin rund, eher so wie eine nicht eckige Fluglinie. So, also wir haben immer noch die Animal Crossing-Share drin. Wir haben immer noch die gleiche Karte, weil Max so klug war und einfach wieder... ...Fan, der sie gegangen ist. Oh! Da ist ja einer in der Mitte! Why did I not have seen him? Okay, ich habe zwar jetzt... Ich habe zwar Gold für den Bogen jetzt, aber du kannst... Nein! Nein! Der Bildschirm ist wieder ausgegangen! Ich darf nicht auf den Dings draufschlagen! Och, Mann! Ja, Freunde! Es geht jetzt irgendwie nicht. Also, der zweite Bildschirm geht gar nicht. Ich hoffe, das läuft alles wieder noch mit der Aufnahme. Och, wie mich das abfuckt! Wie soll ich dann ohne zweiten Bildschirm aufnehmen können, ey? Oh, ich könnte feinen vor Freunden auch nicht! Alles nur wegen dieser scheiß Challenge! Es kommt aber niemand zu uns. Äh, ich baue mich grad zu unserem Stalber und forme die Stalber. Ja. Wo bist du denn? Der ist gar nicht so schlecht, wenn du... Au, 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 au! Max, wo bist du? Wo bist du? Welche Farbe sind wir? Wir sind Team... Blau! 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 Rennst du blau! Kauf doch einen Bogen! Ja, deswegen! Ich würde mir nie einen Bogen holen jetzt! Irgendwann später! Moin, ich zeig euch jetzt mal, wie es aussieht, wenn man hier mit dem Bogen schießt. Ich schieße... Hast du dir einen Bogen gekauft? Ich gehe einfach direkt auf den Bogen. Und wenn ich sogar so hoch schieße würde, der Bogen geht einfach direkt runter! Schaut euch das an! Ich schieße hoch! Der Pfeil geht einfach direkt runter! Ich schieße hoch! Der Pfeil geht direkt runter! Ich schieße so hoch! Der Pfeil geht direkt runter! Dann, ähm... Nein! Wenn du dich entscheiden willst, ist es zwischen Pamela Pearson und Bratnalena... Bratnalena! 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 Ich würde es doch nehmen! Bratnalena! Ich würde es doch nehmen! Bratnalena! Richtig dumm! Einfach! Also, damit zu treffen, ist das Schwierigste! Auf der kommt Paletten! Weißt du, was nur noch schwieriger ist? In einem Raum mit Mats zu überleben! Mit deinem Gestank! Oh! Ich kriege ihn doch! Kein Ding! Der stirbt! Wenn du schon mal ausnahmsweise nicht in Minecraft spielst, dann stirbst du wenigstens im Real Life! Ey, ich treffe ihn halt nicht! Oh! Ich hab ihn getötet mit nem Bogen! Als ob! Oh, was? Oh, Achtung! Ich bin tot! Verdammt! Oh, das ist krass! Was? Aber pass mal auf! Geh mal in die Base zurück! Hier hast du, ähm... Ein Eisenschwert! Hä, wie crazy ist das denn bitte? Ich verstehe diesen Modus einfach nicht! Das ist so krass! Dieser Shader ist so irre! Das ist unfassbar! Mein Kopf ist auch so... So was von... Von... Weichbrei gerade! Spaß! Ich liebe dich! Oh! Was ist los? Ich hab Boxer getötet! Du könntest dich doch gut boxen, oder? Er lügt im Air wie eine Fluglinie, die nur in der Luft lügt! Oh nein! Ich bin schon wieder dort! Dieser Modus will mir circa auf einer Skala von 1 bis 100... So 5 Meter auf die Eier! Matt! Ich hab keine Motivation! Soll ich uns ne Enderperle holen? Ach! Ne, ich weiß wie es wird, wenn wir die Enderperle schmeißen! Haha! Ja! Wir teleportieren uns einen Block nach vorne, oder so! I got the money! Wow! Steige aus dem Bett! Röne zu... Okay, ich hab nen Clan! Ich hab nen Clan! Halt du die Stellung zuhause! Uhhh! Dead Gold! Mega! Oh! Gold! Du hast bestimmt schon nen Gold, oder? Hä? Nein! Als ob ich ne Enderperle hole, Mann! Matt! Meine letzte Rettung! Die Enderperle! Oh nein! Nein! Es hat nicht funktioniert! Matt! Ich bin so... Okay, ich kann probieren es noch zu reißen, aber es wird verdammt schwer! Es wird verdammt schwer, so wie wenn Sebastian zulegen würde! Ja! Haha! Wo bist du denn? Siehst du nicht? Ich bin auf deren Dach! Von wo? Ach, jetzt mach ich den Shader übrigens mal raus, damit ihr mal seht, wie es hier ohne ist! Oh Gott! Oh Gott! Ach, der hat... Nice! Tschüss! Gut, Freunde! Das war's mit dem Shader! Wenn ihr andere Shader kennt, die eventuell total crazy sind, dann schickt die mal... Lass es uns bitte nicht wissen! Dann schickt es uns nicht, weil wir wollen sowas nie wieder machen! Tschüss! Max ist irgendwo in der Beschreibung, ganz unten glaube ich! Ja, okay! Tschüss! Tschüss! Tschüss!